Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Forza Motorsport 5. Ja, in der letzten Folge haben wir ja die Karriere mit dem RS54 abgeschlossen und ja, normalerweise würden wir jetzt weiterspringen. Wir sind ja hier bei den Sportwagen und zwar würden wir jetzt hier zu den modernen Muscle Cars kommen, aber um das geht es heute gar nicht. Und zwar hat nämlich einer unserer Abonnenten, und zwar der Max, hat eine super, super coole Idee gehabt, wie wir hier die ganzen Zuschauer, also euch, ein bisschen noch ein bisschen mit reinkriegen, beziehungsweise dass ihr auch ein bisschen teilhabt am Let's Play. Und zwar ist es ja immer ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt hier in eine neue Klasse gehe. Und wenn ich jetzt ein Auto wählen soll, dann kann ich euch zwar sagen, hey, was soll ich nehmen, aber das könnt ihr mir ja natürlich nicht erzählen, weil ich muss ja das Zeug aufnehmen, bearbeiten, hochladen, bis es dann soweit ist, geht eine Weile vorbei und das würde ja irgendwie nicht klappen. Also das kann man nicht machen, das kann man vielleicht mit einem Livestream machen, aber nicht im Let's Play, was ja natürlich on demand ist, wenn man so will. Und deswegen hatte er eine super coole Idee, und zwar, dass man einfach so sagt, dass nach so ein paar Veranstaltungen, also nach so ein paar Folgen, sollt ihr als Zuschauer mal sagen, was für ein Auto ich fahren soll, und das soll ich dann unabhängig von der Karriere mal fahren. Und da habe ich mir jetzt auch so ein bisschen was überlegt, wie wir das machen könnten. Und da ist einfach die Idee, dass wir, es sind ja immer, wenn man jetzt mal so guckt, hier sind es sechs Veranstaltungen, hier sind es sechs, hier sind es drei, hier auch drei, hier sind es dann halt mal sieben oder vier, egal. Wie immer, dass wir immer nach drei Veranstaltungen, also wenn wir jetzt hier die nehmen, die da oben, moderne Sportwagen, kultige Sportwagen, Coopster, nach den drei dürft ihr wählen, welches von den Autos, die es da drin gibt. Also zum Beispiel bei den modernen Sportautos, wenn ich da jetzt nochmal draufgehe auf die Sportwagen, dann seht ihr ja, wenn ich jetzt Autos kaufen, das sind die, die zur Auswahl standen hier. Ja, da kann man nochmal alle durchgehen, dann könnt ihr ja einen von diesen Autos wählen, außer das, was ich tatsächlich gehabt habe, also den Alfa Romeo habe ich ja gehabt, also den dürft ihr dann nicht mehr wählen, aber einen von denen dürft ihr wählen oder natürlich dann wiederum einen von den kultigen Sportwagen und so weiter. Also halt immer von drei Kategorien dürft ihr ein Auto wählen und welches ich aufbauen soll und dann auch fahren soll, wie wir das dann machen, was ich fahre, das schauen wir dann mal. Entweder fahren wir vielleicht die restlichen Bonusrennen dann noch mit dem Auto oder wir, keine Ahnung, fahren halt irgendwas anderes oder bauen einfach auf einer Rennstrecke das Auto auf mit bester Zeit und tunen das ein bisschen. Das darf dann auch ein paar Folgen mehr geben. Das ist alles kein Problem und wir machen das einfach ganz einfach, da das jetzt hier so mitten in der Karriere anfängt, würde ich sagen, dürft ihr jetzt von allen, die wir bis jetzt hatten, also von, das sind jetzt ziemlich viel, ich weiß, aber von allen, die wir bis jetzt hatten, also von den modernen Kompaktsportwagen, frühe Kompaktsportwagen, Serienrallywagen, hier die modernen Allrad Hot Hatch, die frühe Hot Hatch, die Super Minis hatten wir, die modernen Sportwagen, die kultigen Sportwagen und die Coopster, dürft ihr jetzt wählen, das sind dann insgesamt neun Kategorien, also die obere Mittelklasse jetzt nicht, die schließe ich jetzt schon mal aus, aber von denen allen, also das ist neun Stück jetzt insgesamt, von neun Klassen dürft ihr Auto wählen, was da dabei war, ähm, am liebsten würde ich sie jetzt alle nochmal für euch durchgehen, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, deswegen, äh, ja, weiß nicht, wie machen wir das am besten, guckt nochmal alle Folgen an, aber das ist auch nicht so cool, ne, ja, vielleicht gehe ich doch nochmal alle durch, ähm, beziehungsweise ich gehe sie durch, ihr könnt ja stoppen, ähm, und derzeit rede ich einfach weiter, ich gehe jetzt einfach so nacheinander durch, äh, und dann könnt ihr das natürlich, äh, ja, auswählen, welches Auto ihr möchtet, aber halt, im Prinzip soll das, äh, Prinzip klar werden, ihr dürft entscheiden, was für ein Auto ich dann fahren soll, und, äh, wie, wie, in welchem Umfang ich das dann fahre, das müssen wir dann halt mal schauen, ähm, ja, das ist so, ja, muss ich mir noch überlegen, also wie gesagt, entweder die Bonusrennen dann noch machen, oder eben auf eine Strecke einstimmen, oder irgendwas, äh, dergleichen, und, ähm, ja, das Ganze läuft jetzt eben, wie gesagt, das erste Mal ab, und, äh, da schreibt ihr einfach in die Kommentare, welches Auto ihr wollt, und am besten natürlich die Marke, wie es heißt, also wenn es jetzt zum Beispiel hier der Toyota MR2 GT sein soll, dann schreibt ihr auch wirklich hin, Toyota MR2 GT, am besten noch, wenn es das Auto mehrmals gibt, äh, wie jetzt zum Beispiel BMW M3 oder sowas, dann halt die Kennung, äh, oder das Jahr, also, dass man halt weiß, welches Auto ihr jetzt wirklich meint, und, äh, wie man das jetzt am besten auswählt, ist einfach so, ihr guckt in den Kommentaren, falls schon dieses Auto, was ihr wollt, schon drinsteht, dann gebt ihr dem einfach einen Daumen nach oben, äh, falls es noch nicht drinsteht, also euer gewünschtes Auto, dann schreibt es einfach rein, ähm, ja, so machen wir das einfach, ich weiß jetzt halt nicht, wie viele da mitmachen, ich meine, mir muss ja ehrlich sein, unser Kanal ist jetzt nicht der größte, aber trotzdem sollte das ja nicht abschrecken, euch mit einzubinden, und deswegen machen wir das jetzt halt einfach so, wenn sich natürlich jetzt noch einer melden würde, dann hatte der halt Glück, und dann kommt halt das Auto dran, was der sich wünscht, äh, wenn sich jetzt gar keiner melden sollte, ich mach das hier jetzt für die Cuts, so, sag ich mal, dann gibt's halt gar keine solche Folge, so, so einfach ist es halt, ähm, ja, und, äh, deswegen würde ich halt sagen, oder würde ich mich schon freuen, wenn da ein paar Leute mitmachen, ist ja auch für euch, äh, jedenfalls gewinnt halt das Auto, was die meisten Daumen nach oben hat, und, äh, ja, das kommt halt dran, die anderen hatten, können's ja dann beim nächsten Mal nochmal versuchen, oder so, und, äh, ja, so machen wir das auf jeden Fall, wie gesagt, immer da nach drei Veranstaltungen machen wir das, beziehungsweise jetzt zum ersten Mal machen wir es jetzt halt natürlich hier, ähm, für neun Veranstaltungen, also ein bisschen mehr, aber gut, also, ja, das, äh, gucken wir halt mal, und, ähm, wie, oder unter welches Video ihr das schreiben sollt, das ist natürlich auch wieder die Frage, ne, also, wenn, wenn da jetzt unter verschiedenen Autos steht, das ist natürlich dann immer so eine Sache, deswegen würde ich euch einfach vorschlagen, ähm, dass ihr jetzt für diese neun Autos, das schreibt ihr uns ja dieses Video, und, äh, für die folgenden machen wir das einfach immer so, wenn dann, ähm, die Folge entsprechend rauskommt für dieses, äh, oder die Folge dafür rauskommt, äh, also das Auto, was ihr gewählt habt, die Folge natürlich, meine ich, ähm, da könnt ihr es da drunter schreiben für das nächste, oder so, ich, oder ich überlege mir noch was, hm, das ist jetzt blöd, da hatte ich mir vor, überlegen soll, ne, wo schreibt ihr das drunter, ähm, machen wir es doch einfach so, ich würde sagen, wir geben dem Ganzen doch erstmal einen Namen, damit ihr wisst, was hier geht's überhaupt, und was könnte man da jetzt für einen Namen machen, spontan, irgendwas Einfaches, hm, ich hab was, alles klar, also der Name lautet, du wählst, ich fahre, kurz einfach, äh, D-W-I-F, ganz einfach, klingt jetzt nach nichts Besonderem, aber es sollte eigentlich klar sein, was das heißt, ihr wählt das Fahrzeug, ich werde es fahren, ähm, genau, und da werde ich einfach immer eine, sagen wir mal, eine Sonderfolge am besten machen, irgendwie so, und, äh, oh, das war jetzt ein bisschen zu schnell durchgegangen, gehen wir nochmal zurück, so, ja, das waren jetzt alle, ich bin sie jetzt mal durchgegangen, also, wie gesagt, das könnt ihr jetzt dann nochmal auch, äh, pausieren, wenn ihr jetzt nochmal lesen wollt, oder so, ich lade sie hier in Full HD hoch, ihr müsst es nochmal ohne Probleme lesen können, wenn ihr jetzt irgendein Auto war, also die Autos waren jetzt hier dabei, sag ich mal, und, ähm, ja, von den neuen Kategorien würde ich mir jetzt halt wünschen, dass ihr hier unter das Video in die Kommentare schreibt, was ihr wollt, zu unserem neuen Event, was ich jetzt gerade eben benannt habe, mit, äh, du wählst, ich fahre, und, ähm, ja, ganz genau, so machen wir das, und wenn eben halt, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das, äh, laufen lasse, ja, ich warte halt mal so ein bisschen ab, bis so die ersten Stimmen drin sind halt, und vielleicht warten wir mal ein oder zwei Wochen, äh, also, bis das Video hier ein oder zwei Wochen alt ist, und dann machen wir die Folge, und, äh, ja, dann gucken wir doch einfach mal, wie wir das dann halt, äh, entsprechend, ähm, machen, und ich denke einfach, dass wir dann im Anschluss dieser Folge, also wo das dann drankommt, machen wir dann einfach die Abstimmung schon fürs Nächste, da werde ich einfach am Ende nochmal drauf eingehen, ich glaube, das ist einfach das Beste, weil wenn ich jetzt hier nochmal ein extra Video nur dafür mache, ist ja Quatsch, ähm, ja, und so würde ich das Ganze einfach nennen, äh, wie gesagt, du wählst, ich fahre, das Ganze wird jetzt einfach zum Let's Play selber stattfinden, ich würde jetzt aber mal überlegen, ich glaube, ich werde im Thumbmail das dann auch nochmal extra ein bisschen, äh, hervorheben, dass ihr das auch gleich seht, um was es geht, und beziehungsweise wann die Folge dann auch da erscheint, äh, die Folgennummer wird aber beim Let's Play einfach fortgesetzt, also das nehmen wir mit ins Let's Play rein, ähm, ja, ganz einfach. Und, ja, ich hoffe, ihr habt's verstanden, ähm, was, um was ich, äh, was es jetzt eigentlich ging, und, äh, ja, ich würde, wie gesagt, mich wahnsinnig freuen, äh, wenn ihr daran teilnehmen würdet, äh, und natürlich, wie gesagt, dann könnt ihr als Abonnenten, als Zuschauer ein bisschen teilhaben, und, äh, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, und, ja, was machen wir jetzt noch, ähm, jetzt habe ich hier so gequatscht und gequatscht, ähm, eigentlich hätte heute, wo ich jetzt hier aufnehmen soll, das neue DLC-Pack rauskommen sollen, das hätte ich jetzt auch noch gern gezeigt, aber irgendwie, ja, das kam heute irgendwie nicht, und deswegen, keine Ahnung, äh, ja, egal, ach, genau, wir haben den Audi vergessen, den Forza Vista anzugucken, fällt mir gerade auf, und das holen wir jetzt einfach nach, wenn wir ihn hier schon stehen haben, ähm, machen wir hier mal die Lichter an, hier haben wir ihn, äh, hier kann man natürlich die Tür aufmachen, hier, gibt es sonst ja noch was Cooles, ich glaube mir, ah ja, man kann den Heckflügel hochfahren, denn den riesen Heckflügel, überlegt euch mal, naja, so groß ist er nicht, ähm, und, ja, dann hören wir uns doch einfach mal kurz an, was, äh, unsere nette Dame hier zu erzählen hat, in der Zeit überlege ich mir, was ich so noch erzählen kann. Audi hat mit seinem Allradantrieb für Straßenwagen die Automobilindustrie revolutioniert. Dem Audi Quattro ist diese Technologie in den Rallyerennen der Gruppe B zugute gekommen, in der fast alle Einschränkungen bezüglich Konstruktion und Motor aufgehoben wurden. Der Quattro A1 ging in der Rallye Monte Carlo 1983 zum ersten Mal an den Start. Siege in Schweden und Portugal folgten. Der A2 gewann in den Jahren 1983 und 84 insgesamt acht internationale Rallys. Doch das Fehlen an Einschränkungen ging einher mit extrem hohen Pferdestärken, was zum Ende der Gruppe B führte. Denn auch andere Hersteller entwickelten Allradantriebe, was letztendlich zu schlimmen Unfällen führte. Der Name Quattro lebt heute als Quattro GmbH fort. Die Tuningstätte von Audi, die für die leistungsfähigsten Modelle verantwortlich ist. Keiner ist stärker als der Quattro Allradantrieb. Jo, das ist wohl die Geschichte des Audi Quattro. Klar, Quattro, natürlich Allrad, Audi, boll ich ja nur Allrad. Und dafür sind sie auch bekannt geworden im Rallye-Sport. Definitiv. Ja, also die Folge heute ist halt, wie gesagt, so etwas wie eine Sonderfolge, auch wenn sie jetzt hier in der Regelzeit, sag ich jetzt mal, der normalen Folgen erscheint. Ähm, und deswegen, ja, tut es mir leid, dass die, glaube ich, jetzt heute ein bisschen kürzer ausfällt, aber irgendwie sollte ich ja noch fast ein Rennen fahren, oder? Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch auf die Piste. Ich kriege mir jetzt irgendein Auto noch raus. Natürlich möchtet ihr auch ein bisschen was auf der Rennstrecke sehen. Und, ähm, ja, die Folge danach, also die hier nach dieser Folge erscheint, werde ich auch noch versprechen, wird auch noch mal ein bisschen was anderes sein. Aber da geht es natürlich nur ums Fahren. So viel kann ich schon mal versprechen, aber jetzt fahren wir hier heute auch noch irgendwie was. Jetzt wählen wir mal eine Strecke aus. Und, ähm, ja, keine Ahnung, was nehmen wir jetzt da? Irgendwas, das wir irgendwie noch nie hatten. Und zwar, warte mal, da gibt es doch noch so einen Test-Track, oder nicht? Ja, ja, genau, den Test-Track, den fährt man nämlich normal nicht, weil das ist so eine, ja, ich weiß nicht, so fast so eine Drift-Strecke ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man da Gegner einstellen kann. Ja, kann man, ach, lassen wir mal. Ah, nee, machen wir den mal hoch. Machen wir mal voll und Pro-Runden. Achso, da kann man mal ein paar mehr machen, weil die Strecke ist ja nicht so lang. Machen wir sechs Runden. Kollision, immer ein, Autoklasse. Was ist denn der Audi? Äh, ein B, ne? Allen Triebstrüpp ist egal, B. Äh, achso, und dann noch die Fahrhilfen. Mal gucken, was haben wir denn da eingestellt? Äh, ja, passt. Ah ja, übrigens, ich habe mal ein bisschen probiert, ohne Ideallinie zu fahren, aber, naja. Dazu seht ihr in der nächsten Folge, dann garantiert mehr. Ich lasse jetzt hier aber erstmal, mache ich sie erstmal wieder an. So, ja, dann fahren wir da mal. Und in der Zeit können wir nochmal ein bisschen reden. Wie gesagt, ich rede, ihr hört zu, wenn ihr wollt. Ähm, ja, also, wie gesagt, äh, ich wiederhole einfach nochmal alles, was auch vielleicht verständlich ist. Ähm, also ihr dürft entscheiden, was für ein Auto ich dann einfach fahren soll. Und das werde ich mir dann auch raussuchen. Und, ja, wie gesagt, war ein Vorschlag von einem von euch und den fand ich richtig gut. Und, äh, ich würde mich freuen, wenn da natürlich ein paar mitmachen würden. Natürlich sollt ihr halt, wie auch schon erwähnt, nicht das Auto, ähm, auswählen, was ich schon hatte, sondern wirklich ein anderes. Jetzt in der ersten Ausgabe habt ihr die Auswahl aus so vielen Fahrzeugen. Ich bin sie vorher durchgegangen. In der Zukunft wird es dann einfach immer nur aus den letzten drei Klassen sein, die wir gefahren haben. Und, ähm, ja, also schauen wir halt einfach mal, wie wir das, äh, am besten machen. Also ich bin mir sicher, dass es ganz gutes und lustiges Format wird. Und, äh, ja, dann schauen wir halt einfach mal. So, jetzt auf einer Strecke, auf der ich eigentlich noch nie gefahren bin, ehrlich gesagt. Die gab's, ist ja auch komplett neu. Äh, hier in Forza 5, die gab's ja nur vorhin nicht. Es gab's nochmal einen Test-Track in, äh, in, 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 in Forza 4, aber das war ein anderer. Ui. Oh, geht's hier lang? Ja, da müssen wir erst mal gucken, wo's hier lang geht. So. Juuu. Ja, da gucken wir einfach halt mal, wie's so läuft. Was mich aber auch noch, äh, abseits jetzt von dem Ganzen interessieren würde, ist, ähm, wer denn von euch selber, von euch Zuschauer Forza 5 denn hat? Weil, ähm, ich hatte auch da letztens mal mit einem aus der Broker eine Diskussion, da in Forza 4 sind es ungefähr 5,7 Millionen, äh, Bestzeiten, äh, in der Bestenliste. Und hier in Forza 5 sind es gerade mal 700.000, das sind 5 Millionen weniger Spieler. Ähm, natürlich klar ist es auch, dass, äh, Forza 5 jetzt vielleicht nicht das mega gehypte Spiel ist. Du, der muss man auch sagen, ist eine neue Konsole, nicht jeder hat jetzt schon eine Wonderheim stehen. Und, äh, deswegen würde es mich einfach mal interessieren, wer von euch hatte denn, äh, Forza 5? Weil, äh, wenn es da ein paar Leute gibt, die es haben, und, oder in absehbarer Zeit haben, könnte ich mir auch überlegen, dass wir vielleicht nochmal ein zusätzliches Forza Event jetzt zu diesem neuen machen. Und, äh, wo ihr dann selber mitfahren dürft natürlich, aber wenn natürlich nicht so viele Forza haben, das Forza 5, dann lohnt sich das natürlich absolut gar nicht. Und, äh, deswegen, äh, ja, überlegen wir es mal, deswegen schreibt es einfach mal in die Kommentare, und dann kann ich, ja, überlegen, ob ich sowas aufziehe oder nicht. Aber wie gesagt, jetzt haben wir erstmal hier unser neues Event mit dem Namen, äh, Ja, jetzt, wie hieß der Name nochmal? Du wählst, ich fahre, genau so war der. D-W-I-F, so war das nochmal ganz genau. Ähm, eigentlich einfach zu merken. Und, äh, das wird jetzt unser, äh, Projekt so ein bisschen neben dem Let's Play sein oder während des Let's Plays sein, dass ihr eben wählt, welches Auto ich denn da auch mal fahren soll. Dann habt ihr auch mal ein bisschen Einfluss darauf, was hier gezeigt werden soll. Und nicht nur mein persönlicher Geschmack. Dann könnt ihr jetzt zum Beispiel auch sagen, hey, jetzt pack doch mal den Mercedes aus. Weil ich doch ja von mir aus schon ein paar Mal gesagt habe, ja, Mercedes ist nicht so meins. Aber da entscheide ich, oder will ich gar keinen Einfluss drauf nehmen, da entscheidet ihr. Und, äh, ja, so soll es auch sein. Und, äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, es machen ein paar mit. Wie gesagt, ich weiß halt leider nicht, wie viele hier zuschauen, ähm, wie viele hier auch still zuschauen. Ich meine, es ist ja auch immer so, ähm, also zum Beispiel ich, ich bin auch jemand, der viele Let's Plays von anderen, äh, Let's Player guckt. Aber ich schreibe eigentlich fast nie einen Kommentar drunter, weil ich eigentlich, muss ich sagen, bin so ein stiller Zuschauer bin. Und ich bin mir sicher, das habe ich hier bestimmt auch. Und, äh, ja, bei dem Event wäre es doch schön, wenn ihr vielleicht mal so ein bisschen aus euch herauskommt und trotzdem was hinschreiben würdet. Ähm, schließlich, äh, ja, ist es dann auch euer Fahrzeug, das man halt vielleicht sehen, äh, wird. Oder vielleicht halt einfach nur, wie gesagt, einen Daumen nach oben geben, falls halt das Fahrzeug schon in der Liste steht. Und, äh, ja, das, äh, wäre doch auch mal richtig cool. Ähm, zudem muss ich halt noch sagen, klar, äh, unser Kanal ist jetzt nicht der größte. Wir haben jetzt hier gerade mal die 300 Abonnenten erreicht, was ich schon mega Hammer finde. Ich meine, 300 Leute, das ist eine krasse Zahl. Aber, ja, trotzdem ist es halt, äh, dann für sowas dann halt vielleicht wieder zu wenig. Ich weiß es nicht. Ich, man wird es halt sehen, wie viele Leute dann da, äh, wirklich mitmachen. Ähm, ich denke mal, der, äh, Max, der hier den Vorschlag gebracht hat, der wird bestimmt fleißig, äh, ein Fahrzeug hinschreiben. Und da bin ich auch schon mal dankbar. Ähm, aber ich denke mal, er würde sich auch freuen, wenn er ein bisschen Konkurrenz in den Kommentare bekommen würde, äh, bei der Autoauswahl. Äh, da bin ich auch mal gespannt. Und, ähm, ja, es ist einfach so, dass halt vielleicht auch die Community hier bei uns auf dem Kanal, äh, ein bisschen wächst und ein bisschen was zusammen macht. Weil, äh, bei uns ist es einfach so, wir sind ja fünf Leute, wir sind fünf gute Freunde und wir sagen, wir sind die Pixelhelden. Aber wir haben auch von Anfang an schon gesagt, ähm, die Pixelhelden sind nicht nur wir fünf, die Pixelhelden seid auch ihr. Das sind alle, die einfach hier irgendwie dabei sind. Und, ähm, das ist der Zuschauer, wie schon eben angesprochen, der nix schreibt. Das ist aber auch der Zuschauer, der viel schreibt. Ähm, es sind einfach alle, äh, hier ein Teil der Community. Und, ähm, wenn man so ein bisschen miteinander schreibt in den Kommentaren oder sich kennenlernt, ist es doch, äh, super. Dann können wir ja doch zusammen eine große Community werden. Und, äh, ich glaube, das ist doch das, was alle irgendwie vielleicht dann cool finden. Und, äh, warum nicht so mit sowas, äh, mit so einem Event, wo ihr dann einfach sagt, ja, hier, ihr dürft, äh, die Autos wählen. Und, äh, wir machen das dann halt. Und, äh, oder ich mach das dann halt. Und, äh, ja, dann sehen wir das Auto. Und, äh, ja, wir haben ja auch schon sowas ähnliches, wo ihr als Community ein bisschen mitmachen könnt. Die World of Tanks Spieler unter euch auf dem PC. Da haben wir ja schon dieses, äh, World of Tanks Replays ins Leben gerufen, wo ihr eure Replays schicken könnt. Und, äh, wo wir dann zeigen, äh, oder das kommentieren und, äh, ja, zeigen, was ihr da so erlebt habt. Und, äh, warum sollten wir das nicht hier auch für Forza machen, dass ihr so ein bisschen was, äh, davon habt. Ich meine, äh, das Forza 5 bietet halt leider nicht so viele Möglichkeiten, weil zum Beispiel, man kann keine Designs schicken. Man kann keine Tuning-Setups schicken, äh, also untereinander. Sonst könnte man da irgendwie was noch machen. Aber momentan ist es noch ein bisschen begrenzt. Deswegen jetzt erstmal die Idee hier, dass ihr erstmal wählt, was für ein Auto vielleicht mehr, äh, oder ich fahren soll und aufbauen soll. Und, äh, ja, wenn ihr noch eine Idee habt, selbstverständlich, dürft ihr das natürlich auch kundtun. Wie gesagt, ich bin super dankbar, wenn ihr Ideen bringt. Ich denke, viele Köpfe sind immer schlauer als nur ein Kopf. Und, äh, warum solltet ihr da nicht auch irgendwie eine Idee haben und was schreiben dürfen. Und deswegen machen wir das doch, äh, am besten so, dass ihr auch irgendwas los werdet. Zusätzlich möchte ich natürlich jetzt auch noch sagen, hier zum Ende dieses Rennens, äh, dessen Konkurrenz hier irgendwo ganz hinten mitgefahren ist. Egal, ähm, dass, äh, ihr natürlich hier auch zu diesem Idee, zu dieser Idee selber noch natürlich schreiben könnt, wie ihr es findet. Und ob ihr da auch gerne mitmachen würdet und auch gerne mitmacht. Und, äh, ja, wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare. Immer, immer fleißig reinschreiben. Äh, das, äh, finden wir immer gut, finde ich immer persönlich gut. Und, wie gesagt, dann können wir als Community auch ein bisschen wachsen. Und, äh, das freut uns natürlich alle. Und, ähm, ja, jetzt kommen wir ja schon zum Ende. Wie gesagt, die Folge ist jetzt etwas kürzer, wobei, ja, ich glaube, mittlerweile haben wir auch, äh, gut die 20 Minuten überschritten. Ähm, ja, ich habe eigentlich alles gesagt, mehr als doppelt sogar gesagt. Äh, von dem her sollte es jetzt mittlerweile jeder verstanden haben, wie das Ganze hier funktioniert. Und deswegen sage ich jetzt einfach noch nochmal zum Schluss. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Wie gesagt, ihr entscheidet, was für ein Auto dann, äh, hier zu diesem Event zu Du wählst, ich fahre, äh, gewählt wird. Und, äh, ja, wie gesagt, ich freue mich auf eine Menge Teilnehmer. Und, ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, euch wird es, äh, Spaß machen. Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Let's Play Forza Motorsport 5. Bis dann, euer Ray. Musik Institut Cartier